Trinker in den Po schiebst du dir. Boop 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 boop. Boop 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 hat's gemacht. Boop 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 hat's am Fass angeklopft. Lass mich daraus. Boop boop da 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 da. Sie kassier noch mehr von den Münzen ein. Nein, wie kommst du denn da drauf? Achja, da war er halt die Richtung Tschüss, pass auf Ja, ist klar, dann geh ich weiter rüber und dann passiert das, ne? Was soll der Scheiß denn jetzt? Fuck Irgendwie ging das eben besser Ja, ich weiß doch gar nicht, was du da oben an einem Fass betrieben hast An welchem Fass? Da oben wurde hochgeschossen, wo man bist Das war gar nicht betrieben Boah Bei mir leckt das wieder wie die Hölle, oder? Ja, hab ich auch Aber mach nix, glaub mal Und deswegen rennst du dagegen? Ja Ach, macht doch nix, mein Gott Das ist grad kein Sound mehr da Eins, zwei, drei Der Sound hat sich grad wieder verabschiedet Jetzt ist er wieder da Oh, da ist ein Donkey Kong Hallo Boah, das macht doch nix, aber das deckt dir die Hölle Äh, das sollte eigentlich der Vogel in den Sammeldon gekommen, nicht du? Ne, ich will erst das G haben Toll, und dann verschwindet dieses Scheiß Fass Leglich? Ja Aber das war ne kurze Strecke eigentlich von hier aus Komisch Oh 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 Du bist ja schon beim Boss, ne? Ja Das ist mir grad auch's aufgefallen Man merkt, dass ich den Sprintknopf drück, ne? Ja Hältst du den gedrückt, oder drückst du den immer? Immer kurz zum Sprinten Ich halt den ja immer, nur, boah Ja, ist klar Genau in dem Moment, wo ich springe, oder wie? Fick dich doch Wo ist er eigentlich? Unten Also eine Etage noch schon drunter Aha Da unten ist der Donkey gekommen Ah! Warum? Ich weiß auch nicht, warum du nochmal hochgesprungen bist Nein Keine Ahnung Alles deine Schuld Ne, 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 ne Doch Hallo Was ist das denn mal? Ich will dir ein bisschen fighten Fighten? Ja Ja Ich weiß Ich hasse es Ich hasse diese Dinger, ne? Ja Und so geht der ganze Gegner lang Und ich freu mich, dass du den hast Mhm, da kommst du mich auch noch hin, du Arsch Ich weiß Ich weiß Aber da freust du dich, ja Ich kann doch mit der Spinne auch direkt drüber springen, ne? Nö Kannst du auch ein Netz machen Ja War ja wohl eben nix, ne? Aber wir sind wieder ins Fass reingeflogen dafür Na gut, wär auch ein bisschen blöd gewesen, wenn nicht Gut, hättest du hochklettern müssen mit der Spinne Und noch ne Münze in deinen dicken, dicken Donkey Arsch Nein Hallo Hallo Ist nicht dein Lex, das Internet ist wieder da Ja, ja, das Internet ist wieder da Ey, ich hab doch gedrückt Das sagst du immer wieder, das sagst du immer wieder Du möchtest so ne Fingercam haben Man hört ja, wenn ich drück, das ist das ja Achso, bei dir aber bei mir hört man Ja, bei mir hört man, also im Test ist das Nichts extrem eingestellt Geht deine Etage runter? Man, du bist aber ganz schön hässlich geworden, Flash Kommen die Dinger? Ich muss sie treffen mit den Dingern eigentlich, ne? Mhm Ach, scheiß Und das? Da konzentriert sich jemand Ha! Nur rein provisorisch meint das Nicht theoretisch Ja Ey, Wabbelkopf Wow, Wabbelkopf Als Maul Ach, fress mich doch noch in der Mitte dann Mach den Gegner nicht, ne? Ne Erstens diese scheiß Muscheln nervig Und zweitens die fette Muscheln ist nervig Hm Bist du immer noch da? Ne Aber jetzt irgendwas, ich muss meine Husten, ne? Hust meine Husten Ja, noch mehr Münster, ich weiß Ja, noch mehr Münster, ich weiß Michalzartig Oh man, das knapp! Hust meine Husten Ende, 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 ist gleich da, Ende, ist gleich da Achst du wie ich das? Achst du wie ich das? Sicherhaft Auf zu fappen Du trägst doch das gegen die ganze Zeit Wenn du keine Aufnahme bist jetzt wieder Und du fängst wieder an Ich mach doch nur Ich bin auch wieder nur beim Benehmen, okay? Mhm Merkt man ja Fräs! Buck Dein super Benehmen immer Kann sich ja nie beherrschen Wunderlich Du fressen machst du auch immer, ne? Ja Wirklich fressen sie auch immer so aus Wenn du fress mich Was? Wenn du fressen Wenn du fressen Gibt es bestimmt auch immer so aus Haha Fressen Ich glaub das war zu früh der Land gedreht, ne? Und zuck Das ist ja die einfachste Stufe Ja, was aber es klappt trotzdem, ne? Wirklich, ne? Ja So ganz klappt nie alles Aber hier Junge, friss doch einfach Guck, so guckst du immer wenn du Hunger hast Ja Gab's denen hier noch nen Donkey für mich? Was kann man denn jetzt nochmal? Hallo Barstetig Ich will er dich damit ancooten Ah, ich code ihn gleich in sein Gesicht Was ist mit ihm jetzt falsch hier? Okay Ne, ich stütze vorher, ich stütze vorher nochmal ab Na ja, der hängt Ah Boah, das ist Ich hab nur einen Donkey Kong Ja, und? Bitte tot! Bitte! Oh-ho-ho-ho-ho-ho Er hat's auch noch geschafft Webelwind Du hattest das Level und das nächste Level schafft er auch Toll Hattest recht Stimmen Ja O-ho-o War doch eben noch gar nicht da, oder Nein, war sie nicht. So speichern. Komm. 1% geschafft. Gehen das. Gehen das. Gehen das. Freut mich also wirklich. Kam jetzt nicht. Ja, es kam. Ja, es kam. Laus, Labyrinth. Spring mal. Was? Uuui. Macht Spaß. Uui. Uui. Komm, das Level macht Spaß. Weil man nicht einschätzen kann, wie man springen soll. Oh, schön. Das freut dich, ne? Da kannst du nicht drauf. Ja, war mir eben schon klar, irgendwie. Jawohl. Ne, es ist mal was anderes. Sagen wir mal so. Ja. Mhm. Nein. Gut, dass man sie trotzdem drehen kann. Ja, gut. Genau, genau. Du hast schon den Trikenhaus. Du schaffst das schon, du schaffst das schon. Du schaffst sogar bestimmt vielleicht noch sogar das ganze Level. Hm. Du musst es auch durchspielen, das weißt du, ne? Hä? Du musst es auch dann durchspielen, ne? Nein. Doch. Nein. Wenn ich durchgespielt habe, dann musst du auch durchspielen. Und ich werde dann einfach wieder von vorne anfangen. Dann habe ich wieder verloren. Nee. Ach komm, du kannst es auch mal durchspielen. Das schaffst du auch mal. Ne, schaff ich nicht. Dass du auch mal Erfolg haben. Ich dir sogar gönne. Hm. Du. Nein. Oh. Warte. Und jetzt kommt das Geilste. Geilo. 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 Basti. Ja, komm. Hilft hast du geschafft, okay? Ja.